Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von The Evil With Anne. Ja, wir sind hier am Überleben. Ich glaube, kann ich nochmal zurück? Wo geht's denn da zurück? Warte, ich bin falsch, ne? Oder richtig? Oder geht's überhaupt? Ich wollte nochmal zurück, aber das ist verschüttet. Ist das normal? Bin ich beim Falschen? Ja, okay, das geht nicht. Okay, ich wollte nochmal zurücklaufen, um die hintere Leiche zu verbrennen, aber scheinbar ist das eh nicht so gedacht. Dann würde ich sagen, rennen wir halt mal zu dem Hittel da vorne, beziehungsweise ich schaue mich kurz nochmal hier bei der Wand um, ob hier noch was liegen tut, weil hier haben wir schon ein grünes Dingens gefunden. Eine Leiche haben wir hier verheizt. Das muss man scheinbar so machen, oder es wäre ratsam. Gut. Aha, das ist ein Heuhaufen. Aber den kann man nicht verheizen, ne? Nein. Oder doch? Wollen wir es mal. Ne, geht glaube ich nicht. Scheinbar leuchtet es dann eh auf, wenn man, also der Patten, wenn man das benutzen darf. La, 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 la. Übrigens, ich werde verrecken. Ja? Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Ja. La, 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 la. Aber ich glaube, hier scheint eh nichts zu sein. Ich bin halt wieder mal übervorsichtig. Es tut mir leid. Kenner des Spiels, wenn ich denke, boah, ey. Die Alte macht mich krank. Ja, das gehört dazu. Das ist, ähm, das muss man unterschreiben, wenn man ein Let's Play machen möchte. Dass man seine Community möglichst so gut und so oft es geht auf die Palme bringt. Ja. Das wissen viele nicht. Jetzt habe ich das mal offengelegt. Das ist halt so. Ui, da ist Blut, ne? Dann machen wir mal die Tür auf. Hallo. Yes, es ist nah. Okay. Ein Spiegel. Also das Ganze ist ganz schön, ja, komisch, ne? Es ist echt ein bisschen komisch. Gut, wir nehmen natürlich unser Hirnschmalz wieder mit. Und das haben wir hier schönes. Eine schwarze, ein Buch oder so, ne? Police. Ach so. Das ist unser Ausweis, oder wie? Tagebuch von Sebastian Castellanos. Ach nee, unser Kumpel, oder? Heißen Wirk, weiß ich jetzt nicht. Ist egal. November 2004. Ich hoffe, ich kann diesmal das Mausrad benutzen. Schaut nicht so aus. Ähm, naja. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detektiv Sebastian Castellanos. Das sind echt wir. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Stell dir das mal vor. Kannst kaum erwarten. Als Detektiv kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopje möglich war. Ja, man sieht ja, mein Freund, wo es dich hingebracht hat, ne? Naja. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht. Nein. Das KCPT kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause. Und es ist mein... Und jetzt kann ich nicht scrollen. Warum auch immer. Ich will scrollen können, Mausrad. Vielleicht muss ich da noch bei der Tastaturbelegung was ändern. Vielleicht? Mhm. Okay. Hey! Scheiße! Also, das ist mal eine ganz interessante Art und Weise, zum Safe-Room zu kommen, sag ich mal. Ja, halten wir gut. Halten wir mal. Und? Schwupp. Hat sie mal wieder da. Interessant, echt. Ich verliere den Verstand. Das ist normal. Mir geht's nicht anders. So, jetzt geht's. Mal einen kurzen Augenblick, bitte. Ähm, 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 die Optionchen, ne? Ähm, 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 die Steuerung. Mal schauen. Ähm. Tastenzuweisung. Nahkampf schleichen. Kann ich da auch nicht runterscrollen. Ah, einfach mit die, mit W geht's auch. Ähm, nachladen. Mit R. Okay. Zielen mit zweiter Maus. Ähm, Dings mit erster Maus. Gehen. Inventar V. Abbrechen, verbrennen, Leertaste, Steuerung, F. Laterne. Also, das Nahkampf ist F. Aha. Aha, verstehe. Okay, nach rechts bewegen. D, nach links bewegen. A. Rückwärts bewegen, vorwärts bewegen. Ja, das ist logisch. Aber was haben wir hier? Gehen. Gehen gibt's überhaupt nicht. Wäre E noch frei? Muss man eigentlich gehen können? Ja, E wäre sogar noch frei. Dann könnte man hier theoretisch anklicken. Und EF. EF, warum EF? Und das ist dann mit... ...dem anderen F. Nahkampf. Da hatten wir noch was auf F, oder? Ähm, Nahkampf, ne? Wo ist jetzt Nahkampf? Jetzt gibt's das wahrscheinlich nicht mehr wegen mir. Gehen. Aha, okay. Nahkampf EF. Ach so, das ist mit Gehen gemeint. Passt du so? Nahkampf ist jetzt auf E. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ja, okay. Ist auch gut. Ich wollte ja nur... Ja, ist schon gut. Gut, lassen wir das. Ähm. Was? E.S.? Was tut denn da... Du Vogel. Ich glaub, ich glaub ich lass das lieber, ich baue nur Blödsinn. Ähm. Da will ich noch versuchen, dass ich auf F hinkomme. Ja, bitte. Ach, falsche Taste. Ach, komm. Na, was macht er denn da? Ich will nur F haben. Dann tun wir E auch weg. Geht das auch? E weg. Und D weg. Und jetzt noch F. Ach, der braucht 20 Jahre. So. Dann hier noch, ähm, nach rechts gehen war D. Und W. Passt das. Ist egal. Okay, das mit dem Mausrad so kann ich nicht umändern. So wie es ausschaut, lassen wir es gut sein. 20 Stunden damit verbraucht, das jetzt einzustellen. Für nix und wieder nix. Okay. Also. Okay. Wir haben unser Klo. Das ist geputzt. Wie schön. Hier am Tisch haben wir nix Neues. Okay. Dann Heizkörper. Ja. Haben wir alles. Hallo. Ist jetzt jemand da drin? Hallo. Nein. Ist hier jemand drin? Der Verrückte da, ne? Also dieser. Aha. Hier ist wieder zum rausgehen. Okay. Ja. La 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 la. Gnädigste, bist du da? Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Ja. Wir tun auf jeden Fall Speichern, würde ich sagen. Ist eine gute Idee. Ich würde sagen, ich nehme den da gleich. Ähm, ja, überschreib bitte. So. Dann habe ich nix verschwendet. Ha. Gut. Geht es Ihnen nicht gut? Najo. Was soll man anfangen? Gnädigste. Oh. Die Gelassenheit in Person, ne? Unglaublich. Ähm, gibt es hier noch... Ah, warte. Hier ist was Neues. Okay. Serienmörder schlägt zu. Serienmörder schlägt zu. Nein. Echt jetzt? An Opfern wurden Operationen durchgeführt. Oh, eh. Die Polizei geht davon aus, dass ein Serienmörder für die Morde verantwortlich ist. In mehreren Gemeinden im Umland werden Personen vermisst. Da kommt Freude auf. Ja. Haben wir hier was? Ja, tatsächlich. Leslie. Vermisst Leslie Waiters? Sagt man das noch? Ich hoffe. Der Psychiatrie-Patient Leslie Waiters, ich hoffe, ich sage das richtig, verschwand aus einem abgeschlossenen Zimmer in der Bacon-Nervenklinik. Ja, der ist mit uns gereist. Ich hoffe, dass der arme Kerl es irgendwie geschafft hat. Gut, äh, ich muss da durchs Dürrl, bitte. Kann man hier auch? Nein. Ähm, ah, da gibt's was. Ach so, da kann man wieder weg. Oder in einen anderen Raum vielleicht sogar? Ich soll's mir vielleicht mal anschauen, hä? Ja. Okay, da sind wir wieder hier. Okay, da gehen wir wieder rein. Also, egal scheinbar welcher Spiegel. Sie wurden erwartet. Ja. Sie sehen nicht gut aus. Ja. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Sehr nett. Ähm, scheinbar ist jeder Spiegel ein Portal. Gut zu wissen. 1080 Hammer. Auch nicht schlecht. Nehmen. Was war da nehmen? Halt da, war irgendwas mit nehmen. Kartenfragment. Aha. Okay. Ich glaub, das war's dann auch schon wieder, ne? Dann, würd ich sagen, gehen wir unser Hirn auf Vordermann bringen. So. Ha. Ja, ja. Jetzt ist er wenigstens schon gelassener. Stufe 1, Stufe 2. Okay, benötig die Punkte 2000. Die haben wir jetzt, gell? Hm, uns fehlen 200. Wahrscheinlich hab ich irgendwo was übersehen, ne? Saurei. Aber, ähm, ähm, hier vielleicht was, ne? Ähm, Lebensanzeige, maximale Sprintdauer, Nahkampfschaden, Spritzenwirkung. Ich würd sagen, Nahkampfschaden geht alles nicht, ne? Weil mir 200 fehlen, ich krieg ein Schirr. Ähm, okay. Ich hab tatsächlich schon was übersehen. Nehme ich mal stark an. Gnädigste, hast du vielleicht noch so ein Flaschadl für mich? Halt. War das was? Das war das gemeint, ne? Wie gemein. Na, was schnauften die Alte so? Hey, hast du vielleicht noch was für mich? Aha, die muss die Nägel feilen. Ist ja klar, ne? Ja, ich fürchte, da hab ich Scheiße gebaut. War eh klar. Gut, dann hauen wir wieder ab. Wir können dabei leider nix lernen. Schade. Tja. Vielleicht find ich noch auf die Schnelle was an. Das wär mir lieb. Na, nicht da rein, wir da. Da raus. Also, mir wär's lieb, wenn wir noch irgendwo so ein grünes Flascherl finden würden. Das wäre ganz famos. Boah, ey. Ach, nö. Kann ich denn abfackeln? Ich werd verrecken. Aber wir müssen jetzt unserem Freund helfen. Also, Nahkampf-Damage wär's schon super gewesen. Was? Schleichen. Und Leertaste. Für den Schleichangriff tötet. Boah. Schleichangriff und Leertaste tötet Gegner, ne? Der Kerl ist mir nicht ganz geheuer. Ne. Alter, wie geht denn der? War klar. Ich muss weg. So viel zum Schleichangriff. Was? Das war's mit der Ausdauer? Boah, ich glaub nicht, dass ich das hinkriege, oder? Leslie! Lass mich rein! Kann ich rein? Geht die Tür wieder zu? War das jetzt in Ordnung? Ich glaub nicht, oder? Klettern über Hindernisse. Ja. Welche Hindernisse? Ach, hier. Ist der Trottel vielleicht... Kann man den noch töten? Das hab ich echt sauber vermasselt, ne? Ich hätte ihn, ehrlich gesagt, schon gern umgebracht. Naja, was soll's. Versammelt ist versemmelt. Aha. Da ist ein Friedhof scheinbar. Und ich suche immer noch verzweifelt nach einem grünen Dingens. Hallo, ich bin da. Bin ich da jetzt richtig oder falsch? Ich weiß es grad nicht. Ich bin nur auf der Suche nach einem grünen Dingens. Grünes Gel. Aha, was haben wir denn hier? Flaschen. Oje. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich hab keine Ahnung, wo... Geil nicht weiter. Oh, jeh. Oh, jeh. Eeeh. Okay. Ob das so schlau war, was ich gerade gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. Okay. Boah, Alter. Alter Schwere. Also, ich bin schon leicht fertig. Was haben wir denn da? Eier in die Spritze. Und das haben wir hier. Verstecken. Ah, jetzt kommen wir hier rein, das ist eh klar. Okay. Und jetzt? Warten. Alter. Da. Aha, da kommen sie. Oder auch nicht. Meine Güte. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Verrecken auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich gar nicht anders möglich sein. Aha, da kann man noch entschärfen. Passt. Passt. Pfff. Also, das ist echt ungut. Da liegt auch was. Notizen aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier einen Leuchtturm am See? Stand der schon immer da? Na super. Ähm, das kreisende Licht streift mich. Durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal etwas mitnimmt. Aber ich weiß nicht, was es ist. Aha, das Licht, was wir vorhin gesehen haben. Oh. Okay, langsam aufmachen. Okay. Ich hätte gerne auch sowas Grünes. Dreht der sich jetzt wieder um? Ich würde ihn gerne umbringen. Wow. Das ist so gemein. Passt da. Das ist echt gemein. Ich will den nur umbringen. Aber er wird wahrscheinlich nichts bringen, ne? Alter, und so finster, ne? Sich an die heranzuschleichen ist halt echt nicht einfach. Na freilich kommt er zurück. Mann, ey. Na, es bringt es wahrscheinlich nichts, die umzubringen, oder? Äh, also, äh, Munition oder so haben die eh nicht. Boah. Ey. Kommt jetzt was rein oder geht was raus, ne? Na gut. Ähm. Ähm. Ich muss mir jetzt irgendwo einen Weiterweg suchen, ne? Also, vielleicht ist es auch nicht verkehrt, wenn man die Gegner einfach umgeht. Da liegt was. Streichhölzer, oder? Ja. Das heißt, wir können jetzt wieder Sachen anzünden. Aha. Man kann den Ding hier verbrennen scheinbar. Psst. Diese Kiste da. Ähm. Ich schätze auch, dass man das machen muss. Dass die hier, ähm, beschäftigt sind. Probieren wir es halt mal. Und ich, habe ich mich selber gerade angezündet? Okay. Okay, das war für nix, glaube ich. Ich glaube, das war gerade für nix. Okay. Ähm. Feuerstreichholz verbraten. Auch nicht schlecht. Pfff. Tret dich um. Ich will es nur mal probieren. Yes. Und gleich verheizen. So, ist gut. Dann laufen wir mal weg. So. Ich hoffe, das bringt sie was. Ha. Keine Ahnung. Ich wollte es schon mal probieren. Und der Pater, Entschuldigung, weil Länge. Ähm. Den anderen wäre noch gut, um wegzuheizen. Der ist noch da unten irgendwo, ne? Na gut. Aber erst im nächsten Part. Ich habe keine Ahnung, was sich das jetzt gerade gebracht hat. Ob es sich gelohnt hat für uns, die wegzuheizen. Vielleicht ist es, ähm, nötig, erforderlich, wie auch immer. Ha. Entschuldigung, dass ich hier so lange brauche. Aber, ja. Meine Nerven gehen halt ein bisschen mit mir durch. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, beenden wir einfach mal den Part hier. Ähm. Im nächsten Mal würde ich noch den anderen umzubringen. Ähm. Und dann schauen wir weiter, ne? Na gut, ihr Lieben. Also. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.